Ich bin das, ich bin das. Ach du bist das, okay. Ich bin dann der Feuerwehr. Aber der redet nicht, soll ich mal ins Bein schießen? Aber der hat nix, ey, der hat nix. Ich glaube ich lass den laufen. Schieß ins Bein, ich bring zwei Zombies mir. Ja ne, der hat ja nix. Wir hatten Feuerlöcher auf dem Rücken, das war's. Das kann ich auf jeden Fall stellen. Feuerlöcher, dann ist das... Guck mal, dann ist es vielleicht sogar einer, der heute zum ersten Mal spielt. Ja, ne? Jetzt zeigt der Herz. Wenn der sogar ein Feuerlöcher aufhebt. Ohne Scheiß. Das ist bestimmt irgendein Let's Player. Schreibe jetzt zurück zur nördlichen Feuerwaffe da. Da war mein Gebiet irgendwie. Ja, ich seh dich. Könnt ihr mir ne Dose oder so aufmachen? Ja. Aber ich nicht. Aber ich würd sagen, geh lieber zum, äh, lauf lieber zum, zum Dennis. Weil sonst verrätst du meine Vorsicht. Ich hab aber nur ne Axt, ne? Ja, ich hab Essen genug, scheiß drauf, mach dem das auf. Ohne Witz, ich hab auch noch irgendein Fleisch tief versteckt. Das ist gebraten, nicht gebraten. Ich hab so viel Essen und so viel... Ich weiß, jetzt hab ich vier Zombies und nicht. Ja, gelaufen in die Feuerwehrwache. Die nördliche. Ja. Ja, warte, komm. Ja, ich bin bei dem roten Gebäude, wo die Leiter ist. Da ist die Schauerfilme. Da kommt ein Zombie. Da ist in der Feuerwehrwache einer. Oh, kannst du mir das bei mir... Ja, da ist das, glaub ich, das Bambi, oder? Wart du mal... Warte... Über der Ecke von vorn. Es sind auf jeden Fall auch zwei Zombies hier drin. Ja, zwei Zombies, ja. Doch, das ist das Wambi, der ist ganz oben. Ja, das ist der. Da kommt noch ein Zombie auf die Feuerwachtgeschichte. Das ist ein Zombieproblem. Hilf dir mal. Hilf dir mal, oder wie? Warte, ich helfe dir. Das ist auch nicht so. Okay, ich renne hin. Scheiße, noch drei Stück hinterher. Drei Zombies. Wo ist der denn jetzt hin? Was fällt, was fällt wieder zurück. Hilf dir mal, hilf dir mal. Ja, ich hab selber drei Zombies. Also tschüss. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Ich kenn das ja nicht mehr. Oh wow, das müsste man jetzt sehen. Ja, das höre ich mal kurz auf, das sieht cool aus. Ich bin einfach einer. Welcher Boxer denn jetzt? Guck mal, die boxen irgendjemanden. Das ist ja schon so. Da liegt einer auf dem Robi. Das ist ein Zombie. Boah, der blutet stark, hilf dir mal. Hilf dir mal. Der blutet stark, hilf dir mal. Ich hab nichts. Ach du Scheiße. Boah, da kommt noch ein Zombie. Hat jemand draußen Schuss? Wenig, ja. Victor, auf Hardcore... Auf Regularen Späne. Ich hab keine Bandanen. Ah, ich will dich auch nicht machen. Ja. Wieso kämpfen wir da? Happy Bandish. Kannst du mir dein T-Shirt geben. Das ist aber rein hier. Deinen Rucksack. Nimm mal die Axt, nimm mal die Axt runter. Ihr seid weiter am Bluten. Oh, da. Oh, der eine ist richtig stark am Bluten. Hier. Hier in der Box. Fackst du aufgeschmissen? Von der Schüssen einfach. Nein, 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 warte. Oh nein, auf dem Schult. Hier. Auf einmal die Waffe so, der eine rennt so einmal um den Rucksack, weil er Schiss hat. Okay. Da, der schreibt, äh, thanks, sagt er. Sonst alles ruhig. Bad ass night. Bad ass night ist das. Mike is charging. Okay. Okay. Eiu. Kannst du mir SGS-Medizin geben? Ja, kann ich nicht. Aber lass mich mal weg. B-Mike is charging. Keine Ahnung, vielleicht hat er einen Akku oder so. Ja, ich bin dabei. We're leaving. Bye. Komm. Bye-bye. Oh, dieser Zombiehaufen, wie das so aussieht. Der läuft, der schiebt der her, ne? Nein, 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 jetzt geht der weg, jetzt geht der weg. Good, good. Ah, der geht zu anderen Feu... Hä? By other fire... Ach so, der schreibt, I saw guy by other fire station. Ne, das war ja ich. Ach so, siehst du, siehst du. Ach so. Das war ich, Mann. Das war ich. Ach so. Mach mal bitte noch. Ich dachte, er hat geschrieben, I saw you guy. Da kommen zwei Zombies auf euch, zu euch, Richtung, also kommen Westen. Äh. Warte, kommen die zu uns oder zur Feuerwehr? Doch, zur Feuerwehr. Ja, zur Feuerwehr kommen die. Einer kommt vorne rein. Wir sind nicht in der Feuerwehr, wir sind nicht in der Feuerwehr, da ist einer. Ja, der ist Bambi, ist da. Ich hab ne Fraktur. Ist der da hin? Der Hinkerrand wieder? Ja, ja. Ah, da ist er. Ja, ich hab ne Fraktur. Der ist tot. Oh, was? Der ist tot. Hat geblutet. Oh, krass, der ist echt tot. Oh, der ist echt tot. Oh, der hat jemand geschossen, Vorsicht. Echt? Da steht einer auf dem Hügel, ist das ein Zombie? Ah, das ist ein Zombie. Wo? Das ist ein Zombie da, ja. Ich dachte, der hätte den... Oh, sorry. Der kommt aber jetzt auch. Der kommt angelaufen. I've got 2 Gameplay. On YouTube. Oh, man. Jetzt loot ich wieder. Ja, renn weg. Ich muss den looten. Hau den Zombie platt, bitte. Boah, du hast grad auf die Waffe geschlagen. Ja, bei mir nicht. Da kommt noch, da kommt noch ein Zombie von hinten. Oder war das ein Spieler oder ich glaub das ein Zombie gewesen? Ne Zombie, hier. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt hab ich die Waffe getroffen. Und da müsste noch ein Zombie kommen. Von der Außenwand hab ich einen gelaufen sehen. Ja, genau, der kommt von hinten. Das ist eine Frau. Äh, Zombiefrau. Kommt von hinten, kommt noch rein. Ah, ist der stehen geblieben? Wo ist seine Scheiß? Okay, sein T-Shirt ist hier. Der steigt auf irgendwas, der Zombie. Ist da noch ein Spieler? Ne, der läuft jetzt, der läuft jetzt. Der kommt, pass auf rechts. Oh, ja, gerade jetzt, wo ich die Waffe ziehe, weil ich dachte, da wäre echt noch ein Spieler. Ich kann das nicht benutzen. Mann, hast du ein T-Shirt? Geh schnell. Geh schnell. Oh, was? Mich hat der Zombie getroffen von außen. Mal lag jetzt im Pain. Toll. Ich hab' ja keinen gemacht. Ich hab' ja keine Band auf. Geh' mir weg, irgendwo. Geh' mir weg, hier. Hier sind wir einfach weg von den ganzen Zombies. Da können wir. So, Polizeitür ist immer noch zu oben, Schule ist. Ich hab' ja keine Waffe, ne Sporta. Okay, Jungs, soweit ist alles frei aus, ja. Hier ist noch ein Zombie, geht das aufs Feld. Ja, ein Zombie ist noch irgendwo hier, in der Nähe. Ich hör' nach, ich hör' den. Ja, denn man kann irgendwie nichts hier aufnehmen, soll das. Ja, denn man kann irgendwie nichts hier aufnehmen, soll das. Ja, dann müsste... Ah, da, da, rechts, hinter dir jetzt. Ah, da. Der ist irgendwie in die Wand geglitscht. Ja, in der Wand. Der packt in der Wand. Naja. Ha! Da ist ja noch einer. Jo. So, das war's jetzt. Ich spawn' ja jetzt, ne, immer da irgendwo. Naja. Alter Schwede, war das da Tortur grad, ey. Der arme Perl, der tut mir jetzt irgendwie leicht. Ja, aber der hat überlebt. Ne, ne, der ist ja tot. Jetzt hab' die Zombie gefressen wollen. Aha. Na egal. Aber der hat gutes, dem ist gutes Widerfahren im Spiel. Ja, ja. Das spornt ihn dann weiter zu spielen. Ja. Ja, südliche ist immer noch nix. Ja, keine Ahnung, ich bleib' nur, der Server ist nicht voll genug, ja. Ne, war grad doch jemand. Ja, aber, der ist, was ist grad. Ja, die sind alle weg, weil der Server wieder geklecht ist, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ich muss Rex, ich muss eh Rex finden, ich geh' noch kurz in die Häuser, in Elektro-Looten. Ich muss einen Blick ins Blind machen. Und Bandage hat ja auch keine mehr. Oh, da hat ein Mosen-Munition. Ich habe diese Schleppfaktur. Jetzt habe ich seine Axt daran gesehen. Ah, Mosen-Muni. Ja, ist immer noch. Das ist immer noch. Das ist immer noch. Was? Wer hat Mosen-Muni? Ich. Ja, du hast ja selber gemoseht, ne? Double Wife Achso, ja, ja, ist ja so Ah, ich nehme immer noch auf, krass Ah, wie lange nimmt die Läufe? Das war ja echt mit dem Massaker mit diesen Zombies Da läuft ein Zombie wieder, ich glaub, äh, hinter dir, Victor Okay Ey, Basti, seit wann nimmst du auf? Ne, seit ihr, seit ihr da dieses Party veranstaltet habt, den Zombies da unten Wenn wir den Typen wieder klappen Da wollte ich noch kurz, weil das so ausvolle Knüppel, ey Ja, Wasser Bacon name is bacon grey So, ich komm zurück Hast du Bandage gefunden? Ah, ja, ja, in der Schule, da liegt ja immer so Da ruft immer so ein paar Sachen rum Ein Pullover und ein Shirt hab ich gefunden Warte, da redet ein Zombie Hier ist Zombie Agro in Elektro, ich weiß nicht, wegen mir oder? Der Victor rennt auch, ne, zu dir runter Ah, warte, ein Zombie war mir Ein Zombie hatte der auch am Arsch Ein Zombie hatte der auch am Arsch Wir schreien wieder voll zur Feuerwaffe Du heil, wow Joho, okay, äh, Joho natürlich Da kommt einer, kommt von vorne und von vorne und einer von hinter dir Zombie Und jetzt einer da noch Und jetzt einer da noch Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ich bin mit dem da hast du wieder ein Zombie angezogen von hier links auf dem Feld ah ja der Geier die hören auch nicht schütteln manchmal, oder? Die hören auch nicht schütteln ja ja, wenn du zu nah bist, dann hören die das äh, ich hab noch SKS, Moni mehr Mausen, Moni ja, brauchen auf jeden Fall mehr Mausen, Moni also, müssen wir auf jeden Fall finden ja für den Weg, na das mach ich mal in Zelten, Alter, weißt du, so jetzt so, ah, Moment die Jungs, dann macht ihr mal weiter, ich lauf mal kurz in mein Zelt, ich geh mal kurz gucken oder ich hol mal Abschub, das ist voll geil, Mann und ich hab bestimmt irgendwo Mousen, Moni noch, aber ey, ich krieg das nicht mehr hin mit dem äh, der Viktor Renze wieder Richtung Feierwache, ja, ne mhm, ja ich krieg das nicht mehr hin mit dem, äh, ganze Zeit mit dem Rucksacken, ey das geht nicht so schnell oh, ey, die da schenkt es aber ey, die Rucksacken sind mir egal, mit dem Lut, weißt du, ich hab eigentlich so viel, was man so ins Zelt legen kann ich kann direkt ne big, dicke Party veranstalten und ich ein Zelt aufmache machst du auch eine? oder nur Lichter ja, ja, ich mach so, ich hänge dir oh, ist das auch geil, wie er so Baumhüden, ey da ist einer auf der Feuerwache ja, das bin ich ach, das bist du, weil du legst dich so schnell hin, alter, als du im PvP bist, ey ja, ne, nur auf regular, äh, regular-seilern legen die sich so schnell hin ja, das ist das Gute ja das ist PvP-ler, also, äh, zelt Pürschen, na ich könnte so schön in deine, in deinen Arsch schießen äh, Viktor ja, ich könnte dir ein zweites Arschloch verpassen na mach mal, ich will mal sehen wie sie was aussieht da müsstest du dich aber einmal umdrehen, weil du willst ja, dass das Arschloch auch sein soll größer sein als das Eintritt man, du bist doch ein geiles Ziel, ey, ich habs noch, was sügt in den Fingern, alter aber du bist sicher die gemäschung ist sicher ich brauch trinken ist jetzt ganz in die ecke gegangen da ist einer jetzt in der feuerwache im turm besser schwarz T-Shirt auch für sich das ist doch noch ein weißes an das ist da redet da einer oder nicht eck geht jetzt mal ernsthaft ist einer bei dir zum Wies dort oder hast du gerade wieder in den geredet irgendjemand hat kurz in den geredet Prozent und selbst wenn ich es gewesen ist für mich höchst du dich irgendjemand meine ich entweder der Katz sagt dazu oder er kann auch auf jeden Fall sind im Turm unten ist ein Zombie also in der ersten Etage ich kann mal unten rein der ersten Etage oben aber da kommt noch ein Zombie von Süden äh der hätt ich glaub ich gesehen oh ja du musst bleib am besten in Deckung weil die Zombies sind seendicht da oben kann ich sehen kann ich sehen die Hunde ist noch ein Zombie in der Wand da schlägt der was die Polizei wollt ihr mal die Polizei looten gehen? da ist immer noch Tür zu oben also ganz oben ist Tür zu als ob da noch niemand war irgendwie Victor warst du schon? warst du schon Polizei? mhm weil du warst ja in der Stadt das war ja deswegen frage ich ok kann man diesen Bulletsack zu einem zu diesem Rex machen? geht das überhaupt? das wäre cool ne? ich glaub aber auch nicht das ist ja so Hanfstoff oder? so Stroh eher und hier und da ich hab doch gesagt wer lebt wer lebt wer lebt mhm potatoes so ey der Server ist immer leerer ja man Kaylee also anderer Server? ja guck sie muss ok ich lock mich hier in der Treppe aus ja ich lock mich hier aus ok ey pass auf Basti du loggst dich zuerst ein guckst ob alles frei ist ne? und dann loggen wir uns ein ok lass mal einen Server suchen ich hab schon Elektro-Stack gefunden Old Day Z hier auf dem Dach ist doch super German Fun Server BBQ Sterbe 9,30 4,30 4,30 4,30 4,30 aber der Film ist doch nicht mehr ja lass auf den wir werden Fun Gamer auch niemand dahinter ich ja 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 bei mir geht das Licht einmal drauf ok Tütliche Feuerwehr ist... Ich sehe keine Bewegung, also nur Zombies, aber die bewegen mich nicht. Ja, jetzt bin ich auf dem Dach, die kommen jetzt sonst. Sei oben, ist offen, aber... Ich muss nur 8 Sekunden warten. Da ist einer oben auf dem Elektrohaus. Ich bin drauf. Ich bin drauf, ne? Hast du oder Viktor, bist du das? Ich bin unten. Hast du Chestholster auf, Viktor? Auf dem Dach oben. Ja, hast du Chestholster auf? Ja, ne? Ja. Blau Rucksack, Talud. Ja. Ähm, du, als ich gejoint bin, hast du gestöhnt. Du bräuchtest einen Splint, ne? Ja, ich weiß. Echt? Aber ich hab nur eine Bandage, das ist mir zu schade. Ich kann gar nicht gestöhnt haben, ich hab nur... ich hab einen Splint gebraucht. Was bist du? Hast du Bandage? Ja, 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 ja. Nee, oder? Äh, ja, ich hab vier Stück. Hier, ich geb dir zwei ab. Ich geh mal zum Turm hier. Da kommt ein Zombie auf euch zu. Oder der ist hinter der Feuerwehr. Ah, ne, da kommt der, da kommt der. Der ist besorgen. Oh nein, ich kann nicht laufen. Der wächst wieder. Alter Schwede. Was hab ich gemacht? Hast du jetzt? Zombie, ehrlich. Was hast du vor? Ja, die Stück ist gut. So. Was willst du vor uns Splint machen? Ja, jetzt... na, wollte ich mal. Ich wollte nicht beginnen. Warte, warte, warte. Halt still, halt still. Ja. Ich hab vor dir selber mal zwei gemacht. Hm, sonst soll's ruhig. Okay. Ich hör nix. Danke, danke. Hört ihr was, ne, ne? Nein. Hast du Mosin Schuss eigentlich? Dann kann ich auch mitmachen. Was denn für ne Waffe überhaupt? Ne Mosin. Ach, du hast ne Mosin? Krass. Ich will zum Longwindscope. Hm, ohne ich will Schuss. Was kannst du da haben? Ehrlich? Wow, dann bin ich. Ich kann die Handschellen dafür gehen. Okay, ich hab nur... Ich hab jetzt sieben Schuss noch. Und noch zwei im Blaze. Okay, das... Also wir bräuchten langsam auch da neue. Und Shotgun brauchst du nicht? Shotgun Schuss? Nee, ich hab ja keine Schuss mehr. Ach so. Äh, Regular hab ich mehr. Also viel. Da hab ich nicht so viel, ey. Also du willst einen Longwindscope? Gern. Der. So. Passt. Aber Server wird voller. Oder? Nee, leerer. Oh. Das ist okay. Okay. Hier, jetzt sind wir auf dem Fall und selber. Jetzt ist ja keiner. Was ich mache, ich kletter mal auf den Turm hoch. Hm. Das wird nicht besser. Da hast du eigentlich schon eine von uns, die Aussicht. Kann ich irgendwas sehen? Ja, aber so kann ich noch die ganze Stadt überhaupt sehen. Ja, ich seh zwar viel, aber alles seh ich auch nicht, ne? Also... Ja, eben. Darf ich den Zombie abschießen? Nicht schießen, nicht schießen. Achst du den bitte überhaupt? Dann ist ja weiter. Aber sonst ist hier alles ruhig. Nicht jetzt. Hm. Komisch. Ja, das ist... Ich glaub auch, weil hier äh... lange kein Restart mehr war, da denken die sich auch so. Ah, hier ist eh schon alles geloogt. Deswegen geh ich immer gerne auf Server drauf, wo ein Restart war. Ja, aber da ist doch keiner in der Feuerwehr gewesen. Machst du das denn? Was? Geht's hier, oder? Ja. Ne, hier ist keiner. Aber hier war auch kein Lüge da. Ja, in der Schu... ich hab grad ne... zur Schule einen gesehen. In der Schule ist einer. Grünes T-Shirt. Ah, ich seh den. Ja, ja, ja. Feuer... Feuer... Dings glaub ich in der Hand. Feuerlöcher. Der klettert da hoch. Die klettert auch da. Hier ist ein Zombie da. Warte nicht. Guck mal, ob der ne Waffe hat. Ja, der zockt ne Waffe. Okay. Kannst du mir... auf den schießen? Aber warte, hat der geschultert, oder was? Ey, du glaubst es nicht. Kletter ist jetzt einfach ein Zombie aus dem Nichts. Schlägt nicht. Der steht da rum, ey. Was macht der denn? Stopp, der hat keine Waffe, oder? Er hält sich auf jeden Fall nicht so, ne? Der steht da voll offen und so. Egal, lassen wir den jetzt mal. Nein, ey. Scheiß drauf. Nicht, dass der jetzt springt. Das wär's dann. Ja, ja. Ich nimm mal auf. Vielleicht springt der ja echt. Das ist der auch. Hey. Hey, man. Unter mir ist einer. Hey, da redet jemand. Unter mir ist einer. Zwei Stück, zwei Stück. Zwei Stück. Ah, ja, 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 zwei Stück. Wow, wow, ich schieße wohl. Verwaffnet? Ja, schieß auf sie. Hey. Aber die reden. Mhm. Einer tot. Einer tot. Ja, ich weiß. Und zweiter tot. Ja, ich seh's. Ach, tschüch. Ey, die haben gesagt, die sind, die sind friendly. Egal. Wie du das hier durchgezogen hast. Sind die nicht, die wollten bestimmt seine Waffe haben, Alter. Glaub mir. Victor, du redest wie der Inge. Die hätten, die hätten dich auf jeden Fall weggeaxtet, Alter. Glaub mir. Sobald du runtergekommen bist, und die letzte Stufe, hätten die nicht weggeaxtet. Ich schwöre dir. Der hat auch einen Motorradhelm auf, der eine. Oder beide haben einen Motorradhelm auf. Cool, dass wir losgehen. Er hätte auch schießen können, Marco. Komm, wir gehen los. Lasstabli, ja, wo sie da wo. Fürs Weihnachten. Ah, der eine hat eine Sport. Ah, ich hab genau die scheiß Aufnahme abgebrochen. Ficken hart. Ah, die hatten nix, ey. Der eine hat eine Armbrust, der eine hat eine Sport. Das ist eine schöne Angst. Egal. Sie sind tot. Hey, hier redet einer, hier redet einer. Ah, was? Wow, ich bin tot! Lava! Wo bist du? Wo bist du? Ja, ja, geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch. Ich hab gehört, mit der Shotgun, ne Shotgun hab ich gehört. Ja, ja, geh mal hoch, geh mal hoch. Wo ist hier? Wo genau lagst du denn? Bei den, bei den, äh... Guck mal, da, da sind, da müssten zwei sein. Guck mal, da müssten zwei sein. Ja, die haben uns. Warte, da läuft jemand. Oder? Warte, da ist einer in dem Busch. Okay, übers Feld. Guck mal. Ja, dann, da, da, da müsste ich auch liegen. Ich sehe nix. Ich schlopfe da, ich schlopfe da einfach hin. Ich respawn, ne? Wer hat denn hier den Shotgun, der kann nicht viel ausrechnen. Nimm die Zombies mit. Wie? Hat er, hat er noch ein Mikrofon die ganze Zeit an? Da hat der die Mikrofon die ganze Zeit an hier. Na gut, dann. Also. Der versucht nicht zu looten, der ist abgeladen. Ja, geh, geh mal schießen. Du hast zwei Zombies hinter dir. Egal, egal, scheiß drauf, scheiß drauf, ich muss da hin. Ja, Mann, ja, ich hab voll viel Loot, Mann. Holt die euch. Lachs da. Die sagen geil, die sagen geil. Die sagen geil. Sind das Deutsche? Ja, ja, das sind Deutsche. Warte, wo bin ich gespawnt? Da ist aber nur einer. Ich seh nur einen. Da sind zwei, da sind zwei. Den anderen seh ich nicht. Ich glaub ich bin direkt hier wieder bei Elektro. Das ist ein Hacker. Ich seh nicht. Der ist wegteleportiert, ich nehm mal auf. Ehrlich? Oh wow, ich bin hier, ich bin direkt wieder hier. Krass, der Hurensohn, Alter. Das ist ein Zombie hinter dir. Zwei. Der ist echt wegteleportiert. Also, der ist so zack, 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 so ein Speedhack, weißt du? Der ist bei mir. Boah, der Wichser. Der ist bei mir und schlägt mich. Hier ist deine Leitung, bist du bei dir jetzt? Geht, geht, geht runter vom Server. Da unten beim Strom. Da unten beim Strom. Kann man auf einmal auf mich und hat mich geschlagen. Ich bin hier oben, ich bin hier unten an der Polizei. Oh, nimm meine Waffe mit. Oder so. Bist du auch tot? Der scheiß Hacker, Alter. Da! Da glitscht er, da glitscht er. Ja man, ich geh runter vom Server. Und schießt auf mich. Der Hundesorne, ne. Er hat meine Waffe, er hat mich vollkommen ausgezogen. Ja, der schießt mit meiner Mosin. Ja, das war's. Hab ich aufgenommen. Ja, scheiße, wir haben den Namen nicht, ne? Oder mach mal einen Screenshot von der Namensliste. Äh, ich guck jetzt zuletzt gespielt mit, ne? Ich hab ihn hier. Ja, scheiße, das war aber trotzdem. Ich seh'n. Ah, egal, scheiß drauf, du. Hab trotzdem Wokse. Scheiß auf Hacker. Das nützt eh nix, äh. Ja, ich hab'n. Fuck'n. Sag'ja, siehste ja, wir haben keine Chance gehabt, wir müssen dann so Hacks anmachen. Ja, 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 ja. Ist egal, wir haben... Ich hab' ihn ohnmächtig gehauen, er mich aber auch. Aber so klappt das, ja? Ja, das waren ja zwei, ja. Taktisch, äh, kann man so Elektro, äh, auf jeden Fall, äh, behaupten. Ich bin gar scheiß auf. Scheiß Wichs Cheater, ey. Nicht, nicht, überhaupt nicht aufregen. Scheiß auf Cheater. Ja, überhaupt gar nicht an diese, auf diese Hurensöhne. Ja. Scheiß drauf. Ja, aber was denn war? Egal, ne, ne. Egal. Ey, wir haben das aufgezeichnet. Auf jeden Fall richtig Bock gemacht, man. Ja, aber sowas, ey, ist echt ein Arsch. Ja, der war auf einmal hinter mir, hör' ich auf einmal stimmen, so. Ah, ich bin wieder da, man, er lässt mich nicht aufstehen. Ey, weißt du was? Hat sich auf einmal, hat er auf einmal, hat er sich ne, ne Shotgun in die Hand, äh, Dings. Ich lauf, hör mal, ich wollte weglaufen, Pan, tot. Ja, ja, pass auf. Die Typen, die du abgeknallt hast, wer denn das waren die? Meinst du? Bestimmt. Ja, weil die waren auf einmal auch da, an der Feuerwehr. Ich hab die ja nirgendwo nicht laufen sehen. Erstens das, und der hatte nix. Ne, das war ein Frechspot, ne? Ja, ja, ja. Ja, der hat auf einmal, der hatte nur ein schwarzes T-Shirt, auf einmal hatte der einen Shotgun in der Hand. Das waren die. Naja. Egal. Aber war super. Habt ihr Material? Viktor, du hast Material? Von Aufzeichnung? Ja. Ja, aber ich krieg grad auf die Fresse. Also ja, Aufzeichnungsmaterial, ja. Ja, aber ich krieg grad hier voll auf die Fresse von ihm. Immer noch. Immer noch? Du lebst noch? Ja, ich bin dritte Mal ohnmächtig. Ja, krass. Lass mich nicht aufstehen. Okay. Was für Hose. Ich glaube, sein Freund ist schlimmer dran. Jetzt bin ich tot. Weißt du, der hat dich gelootet, ne? Ja, der hat schon vorher alle meine Sachen weggenommen. Kam an mich ran, hat mich erschlagen. Dann bin ich zu mir hingerannt, dann hat er sich umgedreht zu mir, hat mich gesehen und zack, 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 weg war er. Das war auch innerhalb von einer Sekunde. Also hatte meine Sachen gehabt. Ja. Warte. Was hatte der zuletzt an jetzt, Viktor? Hatte der grüne Sachen an und so? Also einer hatte so einen gestrickten Maske auf dem Kopf. Warte. Ich guck mal. Und meine Mosin. Ich guck mal. Ich guck mal die Aufnahme, vielleicht sehe ich was der hat. Warte. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018